Ja, es ist ein spezieller Einsatz heute, der ist nicht alltäglich, der muss gut vorbereitet sein. Es gibt viele Vorbereitungen, dass das Problem, was über die Bühne läuft, ist ein Einsatz, den wir ganz selten haben in dieser Form. Wir sind sehr angeschränkt vom Platz und so weiter. Das ist typisch eine hohen Aktie. Ich bin sehr angeschränkt vom Platz und so weiter, in der Mitte der Bühne läuft mehr. Ja, das ist eine sehr große Herausforderung. Wir freuen uns aber jedes Jahr wieder, wenn wir da auf der Burg Rene Ackstein was machen dürfen. Wir sind schon sehr gespannt auf die Aufgaben und sind jederzeit bereit, die Aufgaben zu meistern. Wenn man da jetzt hineinschaut in den Innenhof sozusagen, da stehen so viele Sandsäcke rum und Baumaterial. Hat es noch einiges vor? Da haben wir noch einiges vor. Wir werden die nächsten fünf Wochen circa mit vier bis fünf Mann da vor Ort sein, müssen die zehn, zwölf Tonnen Sand, die wir aufgeflogen haben, verarbeiten, 500 Kilo Sumpfkalk und sicher 1.000, 1.500 Kilo Bindemittel. Das war's. 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 Das war's.